Trader Workstation Kurz und Knapp erklärt Hallo an alle optionsbegeisterten und Trader Workstation Nutzer. Heute in dem TWS Kurz und Knapp Video soll es darum gehen, wie Sie auf der TWS die Griechen sich einstellen können. Sie sehen es hier in unserem Beispielkonto hier, dass das Delta hier schon ist. Ich entferne das jetzt einmal, um Ihnen zu zeigen, wie Sie das hier auch darstellen können. Gehen Sie mit der Maus dazu bitte hier oben hin, klicken Sie einmal rechts auf Layout und Sie kommen in diese Workstation Configuration Maske. Hier links sehen Sie alle angezeigten Spalten, die es zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Konto schon zu sehen gibt. Das ist dann die Reihe hier oben. Und hier rechts können Sie sich jetzt die Griechen rausziehen. Zum einen finden Sie hier sogar direkt schon eine Spalte, die Greeks heißt, also zu Deutsch die Griechen. Wenn man darauf klickt, sehen Sie das Delta, Gamma, das Theta, das Vega. Sie können aber auch hier oben einfach in den Text eingeben, beispielsweise Delta und er wird Ihnen automatisch hier das Delta ausspucken. Klicken Sie einmal kurz darauf, auf Hinzufügen und es wird hier dann, wenn ich auf Anwenden klicke, ganz rechts in der Spalte hier angezeigt. Jetzt möchte ich das Ganze noch neben meiner Position hier zum Beispiel haben, platziert haben. Also klicke ich es hier links an und kann mit dem Pfeil hier das Delta weiter nach links an die für mich richtige Stelle platzieren. Dann nochmal anwenden und Sie sehen hier jetzt rechts neben Position das Delta. Das gleiche können wir machen für das Vega beispielsweise, hinzufügen, das Theta hinzufügen und auch das Gamma hier hinzufügen. Das kann ich jetzt wieder platzieren. Gamma neben dem Delta beispielsweise, dann noch das Vega und das Theta. So, wieder auf Anwenden und auf OK und Sie sehen hier jetzt, dass ich alle Griechen hier reingestellt habe. Hier bei den Positionen taucht jetzt also immer, zum Beispiel für die Chevron, was wir hier haben, taucht jetzt das Delta für diese entsprechende Position, auch das Gamma, das Vega und das Theta. Wir selbst haben nur das Delta laufen. Für alle, die aber eben auch die weiteren Griechen sich hier auf der TWS ja einfügen möchten, haben wir jetzt eben auch nochmal Gamma, Vega, Theta eingefügt. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn Sie interessiert, was das Delta, Gamma, Vega, Theta sind, schauen Sie einfach auf unserem Kanal hier bei YouTube Optionshandel. Dort haben wir schon mal die Griechen besprochen. Da gehen wir dann darauf ein, wofür das Delta, das Gamma und die weiteren Griechen überhaupt gut sind. Ja, ich verabschiede mich jetzt heute bei Ihnen und wir hören uns nächstes Mal im nächsten TWS-Kurz-und-Knapp-Video. Auf Wiedersehen!